Das ist, das ist ein cooles Rätsel. Oh, nee. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem kleinen Jump and Run in Minecraft. Und zwar spielen wir auf einer schicken Map, die heißt Light Insider. Und wir spielen sogar mit dem lieben Keks-Sektor. Mit dem da oben. Du kriegst mich nie. Okay, und zwar, gut, Play and Peaceful, das haben wir eingestellt, oder? Ja. Und da vorne ist der Eingang, das heißt, wir gehen da gleich mal rein. Warte, 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 warte. Aber, wie es nicht so gehört, muss man den Frauen erstmal eine Blume schenken. Meine Räuter-Rose für dich. Papistik, ich bin keine Frau. Erstmal ist Mohn, und das ist Mohn, keine Rose. Und gebildet sich das Volk. Na komm. Ich stelle gerade erst mal meine Grafikeigenschaften, erst mal wieder auf Normal ein. Kriegst mich still, Quaps. Never. Okay, wir hören mal, wir hören auf mit dem Scheiß, wir hören auf mit dem Scheiß. Und das sieht man hier, wir sollen dem Licht immer folgen, und wenn wir daneben laufen, so wie der Kicksektor jetzt. Dann fällt er leider runter. Hört mir das leid, aber der müsste da gleich respawnen. Ich bin gut, haha, ich bin wieder da. Du wärst eh bei dem Wasser respawned. Und ich hab hier was zu dir teleportieren. Ich zeig euch das einmal, Sir. Sir, das passiert dann. Weil da sind solche Blöcke, und dann können wir die nicht sehen. Junge, ich spawne doch gleich hier vorne. Gehen wir aus dem Weg. Gehen wir aus dem Weg. Aua, Aua. The light shines in the dark. In the dark, okay, wir hören jetzt endlich mal auf mit dem Scheiß. In the darkest place, let the light guide you, and never stay too far away. Okay, ich geh links rein, du gehst rechts rein. Okay, oh. Das war ein kleiner Abklatscher. Okay, okay, du sagst zuerst, was da steht, okay? The light comes from above, never take your eyes off of it. Sometimes it's hard to see the light, let it guide you. Ja, und da oben haben wir so eine Leuchtspur, und genau dort sind auch die Blöcke hier unten. Das heißt, ich kann euch das mal zeigen, wie wir von hier so lang gehen. Oh, wie mies ist das? Aber wenn ich jetzt rechts gehen würde, dann würde ich halt sterben. Junge, ist das mies. Ich muss jetzt dem Licht folgen. Hopps, hopps. Oh. Warte, ich komme gleich. Es ist schalte umgelegt. Ich komme gleich nochmal zu dir rüber, damit ich es Ihnen das nochmal zeigen kann. So, und der Schalter hier ist auch offen. Na, das Lustige ist eigentlich, ich muss sich da nur überlaufen. Die Tür hier ist auch offen. Und ja, ich zeige das hier nochmal kurz. Sometimes it's hard to see the light. Oh, man. Eigentlich muss man nur hier drüber laufen. Boah, wie schwierig. Ich glaube, es wird, ich, sei mir so, es wird auf jeden Fall am Ende noch schwerer. So viel wissen wir auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir mal hier durch die Tür. Oh, nee, wir müssen jetzt auf dem Licht bleiben. Oh. Nein, du Bisser. Junge, wo hat er den Blöcke hin positioniert? Okay, wir machen jetzt auch mal wirklich. Okay, ich bin vor dir dahinten. Wuhu. Du bist ja auch so ein China-Cheater. So, wer ist jetzt vor ihm, oder? Okay. Wer hat sich teleportiert? Ich nicht. Ich weiß. Okay, du gehst rechts lang, ich geh links lang. Okay. Wieder das gleiche. Wir müssen einen Scheiter umlegen. Oh, nee. Ah, das ist das hier. Oh, Junge, ist das geil. Oh, Junge, ich bin hier rüber. Halleluja. Ist das mies. Bei mir sind es so an der Decke und auch welche. Und genau da muss ich springen. Das sind so. Ja, bei mir sind auch an der Decke welche. Da muss ich am Weg gerade folgen. Wir sind da. Und davon müssen wir rüber springen. Ich habe eine Kiste und die heißt... Und da drum ist ein... Bei mir ist auch eine Kiste, auch ein Buch. Oh, da ist... Warte, warte, ich fange mit meinem Buch an. Da steht drin, Face the light of the horizon and walk away from it. Und ich drücke jetzt den Hebel. Und bei mir steht, Stand under the light in the sky. Shadow. Eh, safe inventory gibt's. Oh, nee, jetzt muss ich den Jump hier nochmal neu machen. Und da hinten, da. Oh. Du musst dann den Anfangsjump nochmal neu machen. Auch egal. Wie haben die... Hä? Hast du den Hebel nicht gedrückt? Doch. Die Tür ist aber zu. Hier vorne. Ich habe aber den Hebel gedrückt. Ich auch. Hä? Ich komme nochmal hinterher. Mach das. Ach, Mann. Okay, du hast eine scheiß TPU. Okay, äh... Hast du wirklich den Hebel gedrückt? Ja. Warte, geh du mal zu mir, dann gehe ich nochmal zu dir. Oh, Junge, Junge. Geh weg. Geh kacken! Yeah! Äh, unkoll. Äh. Schade. Okay. Äh, nee. Ich bin kein Cheater, so wie du, deswegen... ...molle ich den Jump jetzt immer... ...nach, das geht ja schnell. Äh, wir haben eigentlich alle Hebel gedrückt. Geh du noch mal da rum. Warte, ich gehe... Ich mache meinen nochmal nach oben. Ist der jetzt offen? Äh, nein. Wir müssen die ja... Gut, der mache ich meinen auch wieder. Wir mussten die ja nach unten machen. Ja, ich weiß. Was ist denn da aus? Eine Erinnerung. Warte, was ist das? Face the light of the horizon. Und... ...walk away from it. Was steht bei dir nochmal im Text? Äh, bei mir steht... Stand under the light in the sky. Shadow. Okay. Also hier haben wir... Hier oben haben wir ein Licht. Also... Was musst du da? Bleib du da mal stehen oder so? Stand under the light in the sky. Okay, ich stehe jetzt hier. Face the light of the horizon and walk away from it. Ich würde mal sagen, dass ist das Licht da rechts von dir. Was ist da? Weil das Licht im Horizont nicht so weit davon weglaufen. Oh, da ist eine Leiter. Wo? Da ist übergeil eine Leiter versteckt. Wo? Das ist... Das ist ein cooles Rätsel. Oh, nee. Das muss ich wiederum dazu sagen. Hui, hui, hui. Warte, ich teleportiere dich zu mir. Nein! So. Junge, was hast du gemacht? Ich habe mich zu dir teleportiert. Du bist so schlau. Nein, ich habe nur aus Versehen einen, äh, weitergeklickt. Also einen Befehl weitergeklickt. Also guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Da ist das. Und das. Und jetzt müssen wir davon weggehen. Ach so, mit dem Block soll man sich positionieren. Ah, okay. Und da ist eine Leiter. Ah, das ist ja nice. Nice gemacht. Ja, ich hatte mich falsch positioniert. Ich war ein bisschen rechts oder links daneben. Props an den Map-Einsteller. You hear two doors open. In the distance. Follow the light ahead of you. It will lead you out. Okay. Wir müssen dem Licht holen. Ah. Ah. Hä? Wie Hammer. Wir sind wieder hier. Oder haben wir die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Ja, das schlappt auch gleich in dem Chat. Ja, ja. Nice. The darkness is fading. It is almost to be defeated. The light has... Geh mal aus dem Weg. The light has... The light has... The light has absent diamonds. Sometimes it's gibts a bitch. Wie deine sterbende Geräusche. Okay, wir hören auf. Wir hören auf. Wir hören auf. Wir hören auf. Ich packe die Maps übrigens wie immer in die... Oh, nee. Fuck. Wie sollen wir das jetzt denken? Also sind die jetzt genau hier rechts daneben? Ja. Ja, die sind genau rechts daneben. Okay, warte. Geh mal kurz weg. Ah, ich wollte auf die andere Seite, du voll Spacko. Wie, warte. Das heißt, hier ist kein Block? Nein, da ist kein Block. Okay. Das ist episch. So, ich geh jetzt über die Seite hier. Guck. Guck. Das ist irgendwie komisch. Wie soll man dem jetzt folgen? Wie ungefähr wird das da denn stehen? Ich glaub, das ist dann hier weiter. Ja, guck mal. Guck mal. Guck mal. Das geht dann hier sofort. Okay, okay. Entschuldige, aber die Map ist richtig, richtig nice gemacht. Ist sie. Ich schleiche hier drüber, damit ich weiß, okay, hier ist die Lücke. Schwups. Da ist die Lücke. Okay, hier ist eine Lücke. Schwups. Hals ist es. Nein! Nein! Fuck. Okay, okay, diesmal hören wir auf zu sneaken und benutzen mal wirklich. Und guck, und orientieren uns wirklich daran. Okay, bis zum Block. Auf einmal hat der nicht mehr gesprintet. Ah, näher. Oh, shit. Alter, was ist los? Junge, was ist das für ein Sprintback bei mir? Bei mir kommt dann immer dieser Wechselbildschirm. Okay, wo bin ich? Bin ich da oder da? Ja, okay. Okay, das heißt, ich bin vermutlich da. Oder? Willst du mich jetzt verarschen? Ja, okay, wir sind da. Alter, ich hasse diesen scheiß Sprintback. Nein! Okay, warte, jetzt verstehe ich das. Das ist so von der Seite. Wir sind hier, laufen so. Da ist dann halt der Block nach oben. Das ist dann halt bis hier. Und dann springen wir hier einen Block weiter rüber. Sind hier gerade runtergefallen. Jetzt sind wir hier dann. Ich bin ein Block zu weit gejumped. Ich auch. Entschuldige, aber die Map ist richtig, richtig geil nice gemacht. Die ist richtig Hammer. So, haben wir hier den Block. Dann geht es hier noch weiter. Nein! Aber die Map ist richtig schön nice gemacht. Ist sie, ist sie. Das muss ich denen lassen. Das erinnert mich zwar an einen bestimmten Teil aus, ähm, hier, Dingsbum ist da jetzt. Shadowjumper. Nein! Falls jemand von euch das DLC kennt, jetzt seid ihr Babas. Mit dem DLC von Shadowjumper. Aber, also, war, das ist ziemlich geil. Hopp. Ich hab's fast geschafft, Junge. Ich hab's fast geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Aber ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Okay, dann kannst du dir jetzt noch so lange mein Versagen ansehen. Dann kannst du dir jetzt noch so lange mein Versagen ansehen. Du musst eigentlich nur versuchen, nur über die Lücken zu kommen. Das sieht so geil aus, als würdest du einfach so in der Luft schweben. Einfach so, als wärst du so ein richtig geil Hacker. Und ich bin der Hacker, hm? Was machst du jetzt? Also, da haben wir das Ende des Halbens. Ups. Da, da bin ich. Oh, Junge, aber das ist so... Boah, das sieht so richtig nice aus. Das sieht so Hammer aus. Kann man da durchfangen? Nein. Junge, wie der Hand wie nice. Pfff, 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 pfff. The Darkness... Aua! Lass das mal! Mein Gott! The Darkness Fade is near. The next six keys await. Okay. Wir brauchen weitere sechs Schlüssel. Du nimmst mal die vier da rechts. Ich nehm die vier hier links. Ich schläge das da rechts. Ach, du heilige Scheiße! Okay, warte, ich komme. Nein, wir machen beide einfach die ganzen Schlüssel. Warte, wir fangen da rechts an. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Achtung, Achtung. Ich bin da. Nein! Boah, Junge. Du scheiß Arschloch. Da unten. Ich will da rüberspringen. Wir sind jetzt da. Hier ist weiter. Ja. Jump! Du, 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 du. Nein! Jürge, Jürge, hast du das gerade gesehen, wie ich da einfach fast durchgerusht bin? Und einfach so, guck mal, guck mal, guck mal. Jump! Du, 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 du. Nein! Okay. Nein! Ich bin mal am Anfang so, oh. Okay. Lieber doch nicht durchdurch. Lieber doch nicht durchdurch. Pst. Ist mir auch gerade passiert. Okay, ich geh mal hier lang. Jump! die junge ich bin da durch einen block ich lasse es gerade wenn ich bin am ende so wenn es am ende so eine killeinzeige aber denkt bitte drängt jetzt mal... will ich mich jetzt verarschen? was? ach du scheiße aber bitte denkt diesmal daran... NEIN! NEIN! der letzte jump ist ja mega scheiße der letzte jump ist mega scheiße wie ich da einfach nur runtergegangen bin so ganz langsam hopp hopp jonge was dumm